Freunde des gepflegten Schreibens, hier ist wieder euer Witti aus der Füller-Bubble und heute gibt es ein kurzes Video in eigener Sache. Der Informationsgehalt ist sehr, sehr gering. Ihr könnt mir einfach unter Hashtag FragWitti auf YouTube oder Twitter eure Fragen stellen und ich werde die dann mal in so einem Frage- und Antwortformat beantworten. So, das war es auch schon von den Infos her. Also ihr könnt hier abschalten, wenn euch das weitere Gelaber, das jetzt folgt, nicht interessiert. Aber weil die Kamera ja schon läuft und alles schon hergerichtet ist, erzähle ich ein bisschen, wie es dazu gekommen ist, was ich mir dabei denke, wie ich mir das vorstelle und so weiter. Erstmal hier geschrieben mit dem Twisby Diamond 580 in diesem schönen Rosa und die Tinte ist Diamine November Rain, gefällt mir super gut. Sehr, sehr schönes dunkles Grün mit diesem fantastischen Rotstich, einfach köstlich. Ja gut, wie bin ich drauf gekommen? Es ist ja jetzt keine Neuerfindung des Rades, so ein Frage- und Antwortformat ist, hat ja ungefähr jeder, der irgendwie auf YouTube ist. Bei mir war es so, ich bekomme immer wieder ganz interessante Fragen unter den Videos oder auf Twitter oder Instagram in den Privatnachrichten und beantworte die auch relativ zügig und gerne. Aber ich denke mir, hm, manchmal sind ja doch wirklich sehr, sehr spannende Fragen dabei. Und eigentlich ist es ziemlich schade, dass sie dann jetzt hier in irgendwelchen Kommentaren unter Videos verschollen gehen, wo sie quasi nicht so viele Leute zu Gesicht bekommen. Und deshalb fand ich, wäre es ganz gut, wenn ich die interessantesten Fragen davon dann immer rausgreife, so in unregelmäßigen Abständen und einfach so ein kleines Video für zwischendurch mache, wo ich auf die Fragen dann auch ein bisschen detaillierter eingehen kann, als jetzt nur, wenn ich so nebenbei mal eine Antwort schreibe. Sondern da kann ich mir auch mal ein paar Gedanken machen, ein paar Stichpunkte aufschreiben, ein bisschen was dazu erzählen. Und deshalb, wenn ihr eine Frage habt, also von der ihr denkt, dass die vielleicht auch ein paar andere Leute interessieren könnte, dann setzt doch einfach den Hashtag FragWitti dazu. Dann kann ich da immer, wenn ich mich dann auf so eine Folge vorbereite, einfach mal durchgucken, nach den Hashtag suchen und mir dann die spannendsten Fragen herausgreifen. Wenn ihr den Hashtag nicht dazu setzt, beantworte ich die Fragen natürlich trotzdem wahrscheinlich nicht in dem Video, sondern einfach geschrieben als Antwort. Das war es auch schon mit diesem kurzen Video. Nächstes Video dann wieder zu den Füllern. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Schreiben mit den Füllern und stellt mir eure spannendsten Fragen gerne in den Kommentaren. Macht's gut, bis dahin. Euer Witti aus der Füllerbubble.